Mein Name ist Dagmar Kreitz-Schmelzer, ich bin 50 Jahre alt und bin jetzt seit 2006 hier bei der Stavag beschäftigt als Bauprojektleiterin. Meine Spezialisierung liegt auf jeden Fall im Bereich Kanalbau und damit einhergehend eben auch mit dem Kanal Tiefbau. Als einschneidendes oder besonders schönes und befriedigendes Erlebnis habe ich eigentlich eine Baumaßnahme erfahren, die wir hier gemeinsam durchgeführt haben. Das war in der Innenstadt, das war die Anna-Straße, eine sehr enge, sehr kleine Straße mit sehr vielen kleinen Geschäften und da muss ich im Nachhinein sagen, das ist uns dort sehr gut gelungen. Nicht zuletzt eben dank der Zusammenarbeit aller Beteiligten, also auch der Geschäftsleute vor Ort, der ausführenden Firma, meiner Kollegin hier. Das war eine schöne Sache und wenn man dann so eine Straße dann einweiht am Ende einer Baumaßnahme die Anwohner da ein Fest veranstalten und das dann auch noch mal lobend erwähnen, das ist schon eine gute Sache.